In diesem Video stelle ich euch eine weitere Nackenübung vor, und zwar die Shrugs mit der SZ-Stange. Wie der Name schon sagt, nehmen wir eine SZ-Stange, in diesem Fall mit dem engen Griff. Man kann das Ganze natürlich auch im weiten Griff machen und es empfiehlt sich hier auch immer abzuwechseln, damit man die Nackenmuskulatur in möglichst verschiedenen Winkeln trifft. Wir machen das Ganze jetzt eng, nehmen die Schultern zurück und lehnen uns für den Start auch ein bisschen nach vorne. Dann ganz wichtig, wir ziehen die Schultern zu den Ohren, halten kurz und gehen wieder nach unten. Die Arme versuchen wir dabei komplett zu entspannen und wirklich nur mit dem Nacken zu arbeiten, damit wir ganz bewusst diese Muskulatur trainieren. Von der Seite sieht das Ganze folgendermaßen aus. Wir lehnen uns nach vorne und ziehen die Schultern Richtung Ohren, gehen wieder nach unten, nach oben. Und nach unten.